Hallo meine lieben Follower, wir sind gerade wieder auf Schuster-Trappen unterwegs und hier eine ganz seltene Art Gottesanbeterin, die sonnt sich jetzt und sucht für eine neue Kraft. Jetzt Köpfchen geht als hin und her, Räder mit einem Äugelchen. Ja, wir sind ja nicht so ganz gerecht und das Handy ist ziemlich dicht an sie gerichtet, nicht so tief. Ist doch so schön, wie man so sagt. Die ist jetzt ganz still, sonst macht sie immer nur so kleine Bewegungen, wenn sie nach vorne geht und so. Hallo, halt da unten drauf, Kaula. Hier sind wir gerade unterwegs, ist sehr schön. Hier ist so ein Naturschutzgebiet. In der Nähe ist Laminor und die Jetski hört man ab und zu laufen und sie sitzt noch hier. Jetzt geht es ein bisschen weg. Ganz ruhig, ich habe zu laut geredet.